Die Einpunktmessung befindet sich im Menü Messfunktionen. Sie wird im Untermenü Pixelmarkierung aktiviert. Außerdem kann ein Hot- und ein Coldspot gesetzt werden. Die Wärmebildkamera sucht jetzt automatisch den wärmsten und kältesten Messpunkt im Display. Mit der Schaltfläche Alles einblenden fügt man dem Wärmebild alle weiteren möglichen Messpunkte hinzu. Die Wärmebildkamera